Martin Steirer ist auf Wien besucht und besucht sehr viele Lokale. Und spät in der Nacht geht er in eine etwas schummrige Gürtel-Bar. Ist schon ziemlich guter Dinge. Und bestellt sich ein Bier. Es ist nicht wahnsinnig los in der Bar. Also am Tresen sitzt ein Herr mit einem schwarzen Pullover und sehr vielen Goldketterln. Und im Dick hinten spielen drei Herren mit dunklen Sonnenbrillen Karten und haben sehr hohe Stapel Geld am Tisch. Und der Barkeeper ist heftig tätowiert und hat eine Narbe quer übers Gesicht. Aber er bringt das Bier und der Steirer, wie gesagt, ist sehr leiser. Ich habe gesagt, geh, soll ich dir ein Burgenlein der Witz erzählen? Und der Barkeeper beugt sich über den Tresen und sagt, Huch zu, Alter. Ich komme aus dem Burgenland. Der schnelle Fredi, da kommt auch aus dem Burgenland. Die drei Herren hinten am Stoßtisch sind alles Burgenländer. Willst den Witz wirklich noch erzählen? Sagt der Steirer, Nein, sicher nicht. Fünfmal erklären, das schaffe ich heute noch immer. inteierende. Vielen Dank.